Was ich auch wichtig finde, ist eine Runde zocken. Ich habe eigentlich Bock auf eine Runde Battle Pack 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 Paddles. Wie weit noch bis Diamant? Also ich mit meinem Ranger komme ich easy in Diamant rein. Kein Problem für mich. Mit dem Reaper wird es bestimmt noch eine Runde dauern. Gehen wir noch mal ins Ranked hinein. Der Default, Bild, da ist er. Das Essen schon. Um, um, um. Nein. Nein. Wir werden Sieger sein, so steht es geschrieben. Hmm. 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 Hm. Hmm. Hmm. early armor einfach aufs zähl ist richtig krass ich brauche mehr waffen und Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich den Kubot sehe. Es könnte geil sein, besonders weil sich jetzt hier auch schon das zweite Schwert andeutet. Wir nehmen den Steel-Gubot mit, der ist early, der ist sehr, sehr early. Wir nehmen den mit und haben dann noch die, haben das noch in Reserve, wir nehmen den mit. Wir lassen das Schwert erstmal raus, damit die Stamina-Usage weiter low bleibt und konzentrieren uns auf Poison. Ich nehme lieber das hier noch mit, let's go. Okay, alles klar, sollten wir es schaffen. Ich nehme lieber die Stamina-Usage weiter, ich nehme lieber die Stamina-Usage weiter, ich nehme lieber die Stamina-Usage weiter. Ich nehme lieber die Stamina-Utour, ich nehme die Stamina-Usage weiter und mache frei drauf. Wir nehmen die Stamina-rays hinzu. Ärgerlich. Das können wir nicht machen. Wir müssen den triggern. Wir müssen den triggern. So können wir ihn auf jeden Fall erstmal triggern. Ja, das Speedback ist halt nutzlos, weil wir... Weil wir nur das Kreuz brauchen und so. Also wir brauchen halt den Platz. Da geht das Speedback schlecht. Warte mal. Das ist natürlich auch wild. Die Banane brauche ich aber long term. Bruder, geh doch mal raus! Dreckschwein! Amen, meine Freunde! Ja, wir saven das für nächste Runde. So, das ist jetzt ein bisschen wack. Check. Das wird jetzt nächste Runde Steal-Gubot. Das haben wir... Okay, let's go. Das Gubot-Christ-Bild. Amen, meine Freunde. Oh, das wird so fucking close. Gubot! Gubot! Da ist er! Der Mensch! Der beste Gubot! So. Weg damit jetzt hier. Kompletter Neubau. Komplett neu gebaut. Erstmal mehr Platz, dann wir bauen jetzt hier erstmal einen Decker, der ist eklig. So. Wir haben immer noch keinen Platz für das Gemüse, ne? Wir müssen aber rechts und links triggern, keine Chance. Also hier schaffen wir es so, hier schaffen wir es nicht. Ich hasse dich, Gubot. Warum tust du mir das an? Warte mal, wollen wir eine... Wir wollen die Rüstung, oder? Wir wollen nicht den Decker. Wir wollen, was die Rüstung-Gubot verlegesst. Wir wollen die Rüstung, glaube ich. Okay. Mal gucken, ob wie und wann dieses Bild ihren vollen Geschmack entfaltet. Ich habe übrigens immer noch eine Banane im Container. Hä? Hä? Was ist das für ein Bogen? Was ist das? Ist das ein Fantasiebogen oder was? Was ist das denn für ein Bogen? Was soll der Bogen? Hä? Dreh den Bogen doch um. Hä? Dicker, dreh den Bogen um. Krass aus. Zero. Ja, das ist Zero-Skill, Digga. Okay. Äh, ich denke, es wird Vampiris. Oh mein Gott, ein neuer Dagger. Ich werde verrückt, Dagger. Fatigue-Bilds sind Meta-Bilds. Meta-Bilds sind unangenehm. Alles, was ich sehe, ist nur noch Fatigue-Bild. Hol dir zwei Amor, bau dir die Puppe und kohl dir die dunklen Kristalle und versuch so lange zu überlegen, wie du kannst. Ekelhaft. Wer das wirklich baut, der muss schon ganz schön gemein sein. Ah, gut. Einfach komisches Bild, Bro. Einfach komisches Bild, Bro. Warum? 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 Du hast die ganze Zeit keine Stamina. Auf Silber probieren die Leute sich einfach noch aus. Die versuchen sich noch ein bisschen. Ich brauche Platz. Das ist ein Safe. Ich habe eine Banane, ich kann sie aber nicht benutzen. Diese Banane, die liegt in meinem Inventar und sie wird braun. Diese Banane. Banane, sie wird braun. In Silber hast du noch wenig Meta-Pleps, die eine Fortbildung in einem YouTube-Video gemacht haben? Uff, sage ich da nur. Uff. So. Jetzt ist ja die Frage. Ja, wie ist die Frage? Wir bauen erst mal um. Also, wir lassen das erst mal sich entfalten. vielleicht finden wir noch einen Decker. Ei, 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 Bruder. Was ist denn hier los? Das wird ein Poison-Groobard. Ach, du Scheiße. Wird das ein ekelhaftes Bild. Ach, du Scheiße. wird das ekelhaft. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ist das eklig. Keine AP verloren, Bruder. Nur ein bisschen Rüstung. Oh, nein. me now banana no they say no they say no to me to the banana ich würde auch gerne ein paar wet stores sehen wir gehen rein in den clubs es ist einfach unangenehm es ist einfach unangenehm das kann mir auch niemand wegnehmen dass das so unangenehm ist scheiner links banane rein aber ich will den stein einmal werfen ich glaube ich will den eimer werfen lasst uns das so bauen und dann gucken wir wenn wir das nächste mal erweitern können wie wir es machen ne leider nicht es ist noch nicht perfekt die synergie ne die synergie es fehlt jetzt hier noch ein bisschen was aber das ist schon das ist schon wild jetzt dass wir jetzt noch im poison decker finden jetzt kommen wir gehen rein zeigt mir noch meinen gegner die spikes sind unangenehm so 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 Survive Moros. Vier. Also ich könnte das hier rausnehmen. Es passt nicht. Oder es passt einfach nicht. Ich muss es quer machen. Wenn ich das Bild drehe, dann würde es passen. Okay, wir machen das. So, Gubot. Zeig dein wahres Gesicht. So. 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 Ich brauche keinen Platz fürs Schwert. Es geht um die Stamina. Wenn mein Staminaverbrauch zu groß ist, dann bringt mir das Schwert gar nichts. Dann macht das Schwert eher Probleme. Besser kein Schwert als... Was zur Hölle ist das? Womit macht der Schaden? Alter, der Steff macht ja übel Schaden und hat einen richtig gemeinen niedrigen Kohl drauf. Alter! Use 3 to deal plus 6 Schaden. Leckgummi, oder? Alter! Nicht schlecht! Der braucht nur ein bisschen Rüstung, dann ist das richtig gut. Wir brauchen mehr Waffen. Ich könnte natürlich den hier auch ballern. Opponent below 30% Health, deal plus 50 Schaden. Das Ei ist eigentlich zu günstig, als dass man es nicht benutzen sollte. Ich nehme mal das Ei mit und hoffe auf ein Backpack. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh What the fuck is this, ey? Ah, Gottes Willen. Es ist dieser Streamerlack. Es ist dieser Streamerlack. Ich lege es erst mal hier ab. Wir legen das Ei erst mal ab. Und dann nutzen wir das noch mal anders. Ja, das Blade ist cool. Ich glaube sogar, das ist ganz cool in meinem Bild. Hier so. Also hier oben können wir es hinmachen und den dann nach unten verschieben. Ich save mir den mal. Ich save mir den mal für die nächste Runde. Eko-Round. Eier-Round. Ach, meine Güte. Ich habe zu viel Armor einfach. Ich habe einfach zu viel Armor. Das hier. Das ist insane. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Wie brauche ich denn das jetzt? Das ist... Okay, das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ich muss mir hier noch was ausdenken ich brauche noch zwei fanny packs es ist auch nicht schlecht so so Das war's. Ich glaube, anders kriegen wir es erstmal nicht hin, bis ich... Bis ich was habe, um die Speedbacks hier aneinander zu reihen, weil ich brauche noch einen Speedback und dann kann ich die hier in einem Triple aufreihen und das ein bisschen frei machen. Diese Fannypacks. Dann ballert das... Da brauche ich nur noch eine Runde von... Hmm... Ah... Ah... 1 das ist richtig ich brauche ein Stamina Getränk eins zwei zweimal hat es nicht ausgelöst ansonsten hat er hier ordentlich aufs Maul bekommen so Drache ist da ich muss das hier übrigens tauschen langfristig weil das mit dem VEMP-Item deutlich bessere Synergie gibt Digga, da ist noch ein Ei im Sale ich hätte den Platz für das Ei tatsächlich ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich glaube das ist besser weil so hat der Vampir durch jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Synergie das Problem ist nur wollen die mich verarschen oder was noch einer ein bisschen mehr Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. Das war's für heute. das hier nervt mich ja hier gerade ja Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es ist zumindest ... Das schaffe ich nicht zu verbinden. Das einzige, was du brauchst, um die Drachen zu entwickeln, ist Zeit. Also, das ist ein ziemlich wilder Bild jetzt. Also, das ist jetzt schon ziemlich ... Okay. Nee, du brauchst nur Zeit. Zwei Runden brauchen die. Oh. Doppelfalconblade, Bro. Holy fuck. Der macht jetzt sehr viel Schaden. Aber es reicht nicht. Aber es reicht nicht, Alter. Kein Upgrade. Ja, genau. Upgrade geht, aber da gibt es so eine komische rote Karte. Doppelfalconblade weggedrückt. Das ist ganz schön krass. Die machen sehr viel Schaden. Die Dinger machen sehr viel Schaden, wie ihr seht. Ich glaube tatsächlich, dass ein Trank ... Das ist eine richtig geile Idee ist. Alter. 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 Perfektion, Bruder. Perfektion, Alter. Das Einzige, was hier noch fehlt, sind Gems. Das ist ein Trank. Durch das ... ... ... ... ... Mhm Mhm Uh Fatigue-Bild Einfach nur Fatigue-Bild Hier geht's nur darum Lange zu überleben Oh, ich hasse diese Lame-Bilds, Alter Das ist so ein Das ist so ein Krebsgeschwür von Bild Alter, ehrlich Das ist so ein Krebsgeschwür von Memo, der hat keine Waffe In seinem, der hat keine Waffe In seinem Inventar Der spielt nur mit diesem Fatigue-Scheiß Das ist so ein Krebsgeschwür So ekelhaft Es ist wirklich ekelhaft Uncounterbar übrigens Du musst ja schnell genug Damage machen Kriegst du nicht hin Du könntest Oh, warte mal Nee, es gibt Mana-Dagger vielleicht Mana-Dagger vielleicht Und dann kannst du damit vielleicht was machen Aber alles andere Vergiss es Vergiss es So ein Krebsgeschwür Ich bekomme die Geschwür Ich habe die Geschwür Und dann kann das Geist Ich habe die Geschwür die frage ist ich brauche das hier auf jeden fall die frage ist Spikes haben es jetzt gut gedrückt. Das hier brauche ich auf jeden Fall... Ja, das wollen wir uns nächste Runde. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr... Wir gehen mal in die Runde rein, wir gucken mal. Kein Fatigue-Bild, das ist zumindest was. Er hat wahrscheinlich auch die Schnauze voll vor Fatigue-Bilds und darum geht er so viel auf Armor mit den beiden... mit den beiden Speeren. Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Hier ist richtig viel Damage rausgegeben worden grundsätzlich. Was sind das jetzt hier? 400 Damage rausgegeben worden und der hat sehr viel für Spikes gemacht. Krass. Krass, der hat auch keinen Bock mehr auf diese ganzen Fatigue-Bilds, weil er geht auf Speer und das zerstört vier Armor für jeden Stern vor ihm. Also der macht alle Armor kaputt. Theoretisch ist das ein cooler Bild für Fatigue-Bild. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Ich werde das mal gerne gegen Fatigue sehen. Aber die machen zu wenig Damage, ne? Das heißt, die machen den Armor kaputt, aber du kannst dann keinen Schaden machen. Du machst halt keinen Schaden leider. So. Very high. Aha. Du Scheiße. Ich geh mal in die Stamina rein. Kann ich das noch irgendwo gebrauchen? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier... Wir versuchen mal die Lampe reinzuballern. Wir haben noch zwei Runden. Jetzt werden wir wahrscheinlich verlieren. Dreckiger Fatigue-Bild, Alter. Ey, die Dinger sind... Die bauen die nur. Hat irgendwer ein YouTube-Tutorial rausgebracht? Hör die Scheiße, oder was? Scheiße, Alter. Das ist so ein ätzender Bild, Alter. Ey, no joke. Keine Ahnung, was das soll. Jeder und seine Mutter spielt das. Was ist tier BNotared? Kann ich nichts sagen? Tschüss. Kann ich nicht. Palast Geld sein? Wenn ich das in derUE ist... Was werde ich abonnt? ich habe nur noch eine runde schade aber das wäre ganz schön wild den zweiten platzern alter das wäre ganz schön krass diggau so so die stamina sagt nein stamm sagt leider nein ich bin so doppel falken wieder falken blade doppel ist halt natürlich auch und seine vier handschuhe mann was der gepumpt hat 2 verloren kommen wir jetzt aus silber raus rein in gold jetzt wird das noch schlimmer mit den stamina bilds mit diesen 40 bild ich habe gehört dass es ein neues ist ein neues julien video rausgekommen gold nee ich bin auf ich bin schon auf platine in der anderen sieht jetzt nicht so aus kommt erst morgen ne julians blog wer guckt denn noch julians blog oder aus welchem jahrzehnt kommst du denn raus läuft premiere gibt es eine reaktionssperre ladies and gentlemen bisschen frischer bisschen frisch der lachs bisschen zu frisch für eine reaktion glaube ich ja wir lassen das video mal ein bisschen sich lassen sich das mal ein bisschen wisst ihr das also gibt es eine tagesreaktion wir schauen das wir schauen das definitiv nicht morgen wir schauen das definitiv nicht morgen weil morgen bin ich nicht da und am sonntag ist die und die also vielleicht sonntag vor die und die ne ich verpisse mich jetzt erstmal ich esse jetzt in ruhe auf gleich ich verpüsel mich chat ich verpüsel mich ich wünsche euch einen schönen start ins wochenende ne ich verpüsel mich ich wünsche euch einen schönen start ins wochenende kommt da gut rein und wir sehen uns am sonntag ne ne am sonntag bis dahin tschüss ikowski tschüss 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 tschüss